Gott, bist du da? Ich bin's, Berner. Berner Grabosch. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche Hilfe. Ja, mein Sohn. Gib mir eine Zigarette, bitte. Und Feuer. So, was würdest du mehr, mein Sohn? Gute Frage. Vor einer Woche war ich noch nicht mal getauft, bis ich bei der Beichte. Setz dich. Mitte ab. Mitte ab. Huw, Huw. Da was macht's.